Heute spielen wir ein Spiel, das heißt Garden of Bannabann Ne, Bannbann Garden of Bannbann Okay, das sieht irgendwie voll süß aus, aber Okay, das sieht nicht so süß aus Ist das eine Schule? For a parent looking for their missing child Time is a delicate matter Click the cloak to advance time Ah, wir spulen damit die Zeit Oh mein Gott, warum sieht das so komisch aus? Ah Ah Das Blut? Oh, Licht ist aus Okay Kindergarten, das Spiel ist deutsch Bannbanns Kindergarten LOL Boots Was heißt Boots? Boote Ah Mehrzahl von Boote falsch geschrieben Ah Diese Kinder sind so dumm, ne? Okay Mach die scheiß Tür auf, Leute Ich komm hier nicht rein Okay Komm ich hier rein? Muss ich hier draufklicken? Nee, nee, geht nicht Dann muss ich wohl hier lang Hallo? Die Automaten sind komplett leer Ja Ja, willkommen im Kindergarten von Bambang Äh, was, äh, wollen sie welches Kind? Äh, scheiß auf Äh, das hier könnte wir gebrochen, oder? Yes, Baby Wir haben die Karte Die man für die Tür braucht Man kann einmal kicken Und Schuss Let's go Das war einfach Oh, yes, Baby Wuhu Wofür brauch ich das hier? Oh, ich brauch zwei Batterien irgendwo Dear Mommy I am hiding in a room But I have to fight the monster It is the only chance to make Claire like me Also, er will, dass Claire ihn mag Und er muss das Monster dafür töten Sieht einfach aus wie eine Ente Hat er eine Ente für ein Mädchen getötet? Und das einfach begründet mit Es war ein Monster? Er hat einfach eine Ente getötet Was zur Okay, wir müssen irgendwo Zwei Batterien herbekommen, Chat Zwei Batterien Luan, danke schön für den Prime Sub Batterien Hier kommen wir nicht rein Hier ist auch keine Batterie Also, cool, damit zu spielen Also, dann vielleicht hier hinten eine Batterie? Irgendwo? Ah Aha Batterie Nummer eins Und Batterie Nummer zwei Let's go Was passiert jetzt? Hä, gar nichts, hä? Voller Scheißtoi, Mann Ach, es kommt zu mir Okay, und was bringt mir das jetzt? Ich muss trotzdem weiterkommen Ah, das kannst du anmachen Das kann irgendwie dagegen fliegen oder so Ja Ich bin so clever Ich bin so clever Ey, Chat, wie clever bin ich bitte? Oder wir lassen das irgend... Da, auf die Seite hier Das knallt jetzt dagegen Knall dagegen, mein Bro Nein, dagegen Nein, dagegen Dagegen Oh Ja Ey, ich bin so clever Oh mein... Das ist das Monster Es war doch keine Ente Äh... Entschuldigung, kannst du dich verpissen vielleicht? Oh Er hat mich gehört Immerhin Hier ist dunkel Ich gehe lieber nach links Ich kann nicht nach links Ich kann auch nicht nach rechts Ich muss geradeaus Hier sind Gläser Okay, wir können in diese... Ah Oh mein Gott Es war nur ein Stuhl Oh mein Gott Wir sind nur gegen einen Stuhl geknallt Okay Geht die Tür hier auf? Naughty Corner Ah Hier müssen die Bösen hin Uh, da kann man gegen drücken Komm mal hier hin, mein Bro Äh, hier hin bitte gegenknall Wir gucken, was das bringt Du kannst hier nicht durchfliegen Du hast die Naughty Corner kaputt gemacht Du Dummkopf Nein, mal da gegen Bringt ja gar nichts Ist einfach nur kaputt gemacht Oh Mann So dumm Haben wir die Karte Für dieses Raum Für den Raum Ja Ah Äh 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 Da ist das Monster Aber es kann sich nicht mehr bewegen Aber es kann sich nicht mehr bewegen Aber es kann sich nicht mehr bewegen Oh 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 Pillar Bird Mission Oh Pillar Bird is unbelievably hungry Feed it six eggs To get your prize Okay Oh Eck Nummer 1 Wir kriegen einen Preis, wenn wir ihm 6 Eier geben Ei Nummer 2 So Fehlen noch 4 Eier Kann man hier durch? Ich dachte, jetzt geht hier ein Licht an, geht aber nicht Es fehlen noch 4 Eier Da ist noch eins Fehlen noch 3 Eier Fehlen noch 3 Eier, Chat Es fehlen noch 3 Eier Und let's go, Chat Endlich Chat, wo sind noch Eier? 2 Eier brauche ich noch Wo können noch Eier sein? Ich dachte, vielleicht in den Bäumen Aber nee Knall mal hier gegen, bitte, auf korrekt Knall mal hier gegen, auf korrekt Vielleicht macht das irgendwas, Chat Ja Was hat das gemacht? Ich weiß es nicht Brauche auf jeden Fall noch 2 Eier, Chat Da Oh Ich glaube, wir haben ein Ei rausgeholt Uns fehlt danach noch ein Ei, glaube ich Oder? Ja Ein letztes Ei, Chat Wo könnte es sein? Und das letzte Ei Leck meine Eier, Bitch Es ist egal, mach die Scheiß-Tier auf Hä? Ich dachte, ich kriege jetzt einen Preis Was soll ich jetzt? Kann ich dagegen treten? Oh Ich kann jetzt mein Ding nehmen Das ist mein Preis? Alter, geil Ich kann das da hinten benutzen Ich kann das da hinten benutzen Lol Hier, oder? Und jetzt kann ich das Ding hier aktivieren Ich bin so clever, Chat Knall dagegen, mein Freund Knall dagegen Ja Okay, was ist passiert? Die Tür hier ist aufgegangen Und wir bekommen Ein Hammer Und Distraction at one Okay Wir haben aber einen Hammer bekommen, Chat Gibt es ein Inventar? Nee Okay Gibt es anscheinend nicht Dann gehen wir mal hier lang Hier kommen wir nicht durch Hier kommen wir auch nicht durch Moment, dann haben wir irgendwas vergessen Ban-Bang Say Sharing is caring Halt die Fresse, Ban-Bang The end is here Äh, nein Ist gar nicht hier Hm Wo kriegen wir jetzt eine neue Karte her Ist die Frage Ah, wir haben Hammer Wir können hier diese Dinger aufmachen Ist ja einfach Ja Easy Ö Musst du rüberspringen Press Space to jump Opila Bird say Lorestar is the best medicine So make sure to smile Kann losgehen Oh yes Alter, ist das geil Man sitzt hier so gemütlich drauf Ich muss hier drüberspringen Schnell Oder nein Das war dumm, oder? Ich weiß es nicht Nein Oh, wir haben irgendwas gefunden I want to play with the hole Ich will auch mit dem Loch spielen, Chad Ich will auch mit dem Loch spielen Everyone have party without me Miss Mason's... Ah, das ist ein Lied I want to play... Nee Alone I want to play with the hole Bird, but everyone left me Everyone have party without me Miss Mason's see me, but go I'm scared because hole Is loud and my friends Stream in it, but bird is funny Schönes Lied What was my color? Hä? Ach, lol Man muss jetzt die... Das... Der war pink Der hier war... Ich schwöre, ich weiß nicht mehr Äh... Ich hab's vergessen, Chad Weiß das noch einer von euch? Chad, wisst ihr das noch? Der Fette war grün Okay Und, 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 und Äh... Der hier? Chad, was war der hier? Was war der hier, Chad? Der Zertakel-Typ orange Einer schreibt rot, der andere schreibt orange Beim Oktopus-Typen Der ganz kleine war, glaube ich, gelb Okay, nee Das ist falsch Was sollen wir den hier blau machen Und den anderen rot? Auf weiß gibt's auch noch Wir gehen nochmal zurück und gucken nach Wir gehen nochmal zurück und gucken nach Juni ist, glaube ich, weg Nein, er hat doch gerade reingeschrieben Er guckt bestimmt Oh, ich hab'n Timer drin Wir müssen kurz 10 Sekunden warten 4 3 2 1 Boom So Hahaha Ausgedribbelter Spiel Ganz einfach ausgedribbelt Der Typ hier war weiß Der war grün Der hier war pink Der ist blau Oh Okay Ja Eine neue Karte Wir hatten alles Ah Ah Nein 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 Ah Schnell drauf flicken Ah 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 Nein, bitte nicht Komm, bitte nicht Ich musste runterspringen Ich musste runterspringen Ich musste runterspringen Ich wusste nicht, dass man so schnell sein muss Oh Okay, nochmal neu, bitte Bitte Wiederbeleben Und schnell Und schnell Und schnell Nein Fuck Ich muss schnell das hier benutzen Schnell, klein dagegen, bitte Schnell, schnell, schnell Das hat nichts gebracht He Das bringt nichts Allah 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 Bitte Hallo, mein Gott! Nein! Oh! 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 Hä? Nein, wir sind kurz davor, es nicht zu schaffen, wenn ein ganzes Wort steht. Was habe ich falsch gemacht, Chat? Was habe ich falsch gemacht? Mach schnell, knall dagegen! Knall dagegen, Junge! Hör auf mich so dumm anzugucken, du kleiner Spass! Okay? Ah! 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 Mama! Mama! Tsch! Ich darf nicht so nah an dem sein, ich hab's verstanden. Knall dagegen, bitte schnell! Guck mich nicht so hässlich an, okay? Guck mich nicht so hässlich an! Tsch! Guck mich nicht so hässlich an, ich bin daneben gesprungen, ich schwöre, ich hänge daneben wie ein Idiot! Ich bin daneben gesprungen, Chat! Ich bin daneben gesprungen, Chat! Tsch! Bleib mal da bitte! Bleib mal da auf korrekt! Mach mal was! Schnell, 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 schnell! Schnell, schnell! Jetzt schaff ich's! Jetzt schaff ich's! Ich weiß es, ich glaub an mich! Ich glaub an mich! Ja! Kleine Bitch! Kleine Ho! Verreck! Kleine Bitch! Heul doch! Heul doch! Heul doch! Ja! Puh! Ersten Gegner besiegt! Let's fucking go! Orange haben wir freigeschattet! Puh! Ähm, vielleicht hier gegenknallen? Knall mal dagegen, bitte! Okay, bringt nichts! Hier ist ein Zettel! Boah, den Pass! Wir haben ein Flugticket bekommen! Alter, wie geil! Umsonst Flugticket-Shit! Okay, mehr ist hier aber nicht tatsächlich! Oh mein Gott, hier war was versteckt! Ich bin so schlau, dass ich das gesehen hab! Ich bin so verdammt nochmal schlau! Und, was tut sich? Ist das neu? LoOL UN고! LOL! iera Wist das denn hier? Und das ist einfach ein Loch?! Die Hälfte vom Raum ist einfach weg! Junge, was ist das für ein krasses Spiel? Nein, ich will da nicht rein. Muss ich da rein? Chad, muss ich da rein? Chad, ich will da nicht rein. Muss ich da rein, Chad? Ja, ja. Bitte, lieber Gott. Ah, ich muss nochmal hier gegen. Ah, das kommt da nicht durch, oder? Da muss ich vielleicht einfach hier draufdrücken. Ja. Okay, es geht runter. Oh, das ist Licht, damit ich was sehen kann. Oh nein, es hört sich gruselig an. Warum ist alles schwarz? Ich mag kein Schwarz. Also, ich habe Angst vor Schwarz. Also, vor der Farbe Schwarz. Also, ich meine, dunkel, wenn es dunkel ist. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. No, 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 no. Alter. Alter. War das gruselig. Das hat sich so komisch angefühlt. Das hat sich so komisch angefühlt. Ich mach das nie wieder Ich mach das nie wieder Ich mach das nie wieder Ich will's wieder machen Oh mein Gott Oh mein Gott, Shit Das war der erste Teil von Kindergarten Bang Bang Wenn ihr mehr von Bang Bang Kindergarten sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach unten da